ja hallo auto und sportfels ich bin sebastian von palatil im auto und möchte euch heute mal mitnehmen auf den strongman run 2019 war mein erster lauf 24 kilometer ist eine hammer strecke gewesen und vor allem auch ein hammer wetter morgen schon los ich bin mit den leuten von der freiwillige mitgelaufen super team gewesen die haben sich um eine super gute verpflegung gekümmert und echt eine coole truppe gewesen danke noch mal dafür jungs und mädels ja und eigentlich wollte ich mit andre laufen den kennt ihr vielleicht noch hier aus dem treppenlauf video der liegt aber leider immer noch im krankenhaus schöne grüße gehen raus gute besserung und ja wie viel der ganze an wir sind eine überschritte gefahren morgens und erst mal insta story gesehen hat war am schneien bitter kalt und ich dachte nur ach du heilige scheiße was für eine scheiße hast du dich hier eingelassen und ja das wetter hat dann auch wirklich sich von allen facetten da oben gezeigt man hat ein sonnenschein hat ein schnee hat ein hagel und hat die ganze zeit gewechselt regeln also praktisch jeder kilometer war wieder eine andere wetterzone aber ganz viel spaß gemacht war super lustig ich habe der ganze versucht für euch auf der gopro mit zu filmen leider war das ganze auch ein bisschen sehr verwackelt ich habe einfach mal so ein paar szenen zusammengeschnitten hoffe kommt trotzdem ein kleines schönes video für euch raus und ich kann euch ein paar eindrücke dazu vermitteln und ja wenn ihr bock auf das video habt dann bleibt dran und kommt einfach mit bis zum nächsten mal Musik Die Traum ist geklärt. Die Traum ist geklärt. Mein Finger ist auf den Button. Mein Finger ist auf den Button. Mein Finger ist auf den Button. Mann vào socken. 6 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 2, 1 Don't hold back! 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 Ich bin mal drüben, ich bin auf der Bauch, aber ich bin auf der Bauch, aber ich bin auf der Bauch. Das war's für heute. Ja! Joa Ah, jetzt sind die Schuhe nass Oh, ich weiß Oh Ja 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 Musik 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 Das ist ein bisschen schlammig da hinten. Da gibt es noch eine Pütze. Da gibt es noch eine Pütze. Ja, da gibt es noch eine Pütze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zeit, oder? Ja Spagat ist doof Oh, das ist ein Fest 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020